Ab wann ist ein Mann ein Mann? Das Gemälde Atelier mit Arbeiterknaben von Otto Dix und sein Weg ins Lindenau-Museum. Wie so viele seiner Landsleute befand sich auch der 56-jährige Maler Otto Dix 1947 in einer schwierigen Lage. Sein Sohn war noch immer in englischer Kriegsgefangenschaft. Er selbst saß in seinem Haus in Hemmenhofen am Bodensee, ein idyllisches Fleckchen, wo allerdings ebenso wie im übrigen Deutschland der Nachkriegsjahre Mangel herrschte. In einem Brief an den Anwalt Hugo Simons, einen inzwischen in Amerika lebenden Kunstsammler, schrieb Dix am 22. Februar Ihren Vorschlag, Arbeiten von mir gegen Pakete zu tauschen, nehme ich gern an. Natürlich lässt sich das vorläufig nur durch Fotos machen, bis einmal Gelegenheit besteht, die Sachen zu senden. In Paketen ist Tee, Kaffee, Kakao und Fett erwünscht. Natürlich auch Fleisch, aber das geht leider so schnell weg und ein Pfund Kaffee reicht lange. Nach einem kümmerlichen Essen, es besteht immer aus Kartoffeln und Gemüse, ist Kaffee wie eine Versöhnung mit dem Leben. Vielleicht wundern sie sich darüber, dass ich an erster Stelle sogenannte Genussmittel nenne, aber das Essen ist derart langweilig, ungewürzt. Auch die Gewürze fehlen, dass man sich wie eine Kuh vorkommt. Um seine Situation durch den Verkauf oder den Tausch seiner Arbeiten zu verbessern, wandte sich Dix auch nach Dresden. In der Stadt an der Elbe hatte er studiert und später eine Professur an der Kunstakademie bekleidet. Dort war 1914 das Gemälde Atelier mit Arbeiterknaben entstanden. Das Porträt, eines der Highlights in der Sammlung des Lindener Museums, stammt aus der kurzen expressionistischen Phase des Künstlers. Dargestellt ist ein blasser Junge im blauen Hemd, der sorgenvoll und etwas unsicher aus dem Bild herausschaut. Kerzengerade steht er, die Hände vor dem Körper verschränkt, im Zimmer des Malers. Links auf dem Tisch liegt die Farbpalette, rechts auf dem Bett eine achtlos hingeworfene Jacke. Unter bewusster Missachtung der Perspektive scheinen alle Einrichtungsgegenstände aus dem Bild herauszukippen. Ein Stilmittel expressionistischer Malerei, das die fragile Anmutung des Porträtierten verstärkt. Im Sommer 1947 lagerten Gemälde und Druckgrafiken von Otto Dix bei dem Dresdner Kunsthändler Heinrich Kühl, der den Künstler bereits vor dem Krieg vertreten hatte. Auf einer Liste vom 19. Juli sind verschiedene 1914 entstandene Gemälde verzeichnet. Unter anderem die Nonne, die sich heute im Museum of Modern Art in New York befindet, und das Geschütz, das vom Kunstpalast Düsseldorf angekauft wurde. Außerdem ist dort ein Männerbildnis mit blauem Hemd und schwarzen Slips vermerkt. Neben der Datierung stimmen auch Maltechnik und Maße mit dem Altenburger Bild überein. Aber die Beschreibung irritiert. Es ist ein Bildnis, ja, und der Dargestellte trägt auch ein blaues Hemd. Aber handelt es sich tatsächlich um einen Mann? Und was ist mit Slips gemeint? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, hilft ein Blick zurück in die Entstehungszeit des Gemäldes. 1914 gab es in Sachsen, wie in den meisten Teilen Deutschlands, eine achtjährige Schulpflicht. Mit der Konfirmation im Frühjahr endete die Schulzeit für die Mehrzahl der Mädchen und Jungen im Alter von 14 Jahren. Anschließend begann das Arbeitsleben. Die meisten mussten fortan für sich selbst sorgen. Während uns zum Beispiel ein 15-Jähriger heute noch als großer Junge erscheint, galt er damals also durchaus schon als junger Mann. Bei Slips handelt es sich um die englische Bezeichnung für Schlüpfer, von to slip, hineinschlüpfen. Mit Slips wurden in Deutschland ganz allgemein Unterhosen bezeichnet, nachdem um 1900 Gummibänder in Gebrauch gekommen waren, die am Hosenbund vernäht ein rasches Hineinschlüpfen ermöglichten. Vorher besaß Unterwäsche keine Gummizüge, sondern musste aufwendig mit Stoffbändern, Schleifen und Knöpfen festgehalten werden. Die praktischen Hosengummis fanden erst nach und nach in allen Gesellschaftsschichten Verbreitung. Gerade Ärmere mussten sich noch lange auf die althergebrachte Weise behelfen. Zum Beispiel mit einer Kordel im Bund oder Hosenträgern, wie bei dem jungen Mann auf unserem Bild. Wie ein Abgleich mit dem Werkkatalog der Dix-Gemälde zeigt, trifft die Beschreibung Männerbildnis mit blauem Hemd und schwarzem Slips im Verein mit den Bilddaten auf kein anderes Gemälde zu. Verfasst wurde der Werkkatalog von Fritz Löffler, einem bekannten Dresdner Kunsthistoriker und Vertrauten des Malers, der mit dem Galeristen Heinrich Kühl in regem Austausch stand. In dem erstmals 1960 erschienenen und mehrfach wieder aufgelegten Katalog ist das Altenburger Bild unter dem Titel Arbeiterjunge verzeichnet. Zum Jungen wurde der Mann aber bereits früher. Das Porträt, das aller Wahrscheinlichkeit nach 1947 zur Kunstausstellung Kühl gelangte, bot Heinrich Kühl dem Lindenau-Museum im Oktober 1953 als Interieur mit Jungen an. Hans Konon von der Gabelenz, der damalige Direktor des Lindenau-Museums, ging zunächst nicht weiter auf das Angebot ein. Erst in einem Brief vom 22. Mai 1954 erwähnte er es wieder und bat Kühl nun darum, das Bild zur Ansicht nach Altenburg zu schicken. Drei Tage später berichtete der Galerist Gabelenz vom Versand des Gemäldes und fügte hinzu, Otto Dix ist ja zurzeit gerade in Dresden. Er war vor Tagen bei mir und sah auch sein Bild wieder und er verspürte nunmehr wohl Neigung, es am liebsten für sich wieder zurückzuerwerben. Wenn es aber nun in ein Museum kommt, wird er doch nur Freude darüber empfinden. 1.000 Deutsche Mark bezahlte das Lindenau-Museum für das Porträt des Arbeiterjungen. Denselben Preis, den Kühl in seinem Brief vom 22. Oktober 1953 angegeben hatte. Ein Schnäppchen, wie sich herausstellen sollte. Dix, der 1947 noch Kunst gegen Kaffee getauscht hatte, gehörte wenig später zu den bestbezahlten Malern im Osten und Westen Deutschlands. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Dix, der nuevo tight hervorragte das Nigel und Preis. aber da geht zum Glückaison. Dix, der Gloriaussen Fluss mit schramplähigchlossen. D Gift, das N pawn mit der Infos zu verzeichnen, dem geht es um объясmbte mit einer sinnvollen Gemeinscheule in dem��. Das Après-in- Stephen Zelleus Также ist ein undermal erzählt fixated werden, der sich dann durch das Land, Das ist ebenso Herr Professor, der Vest ist eine andere Geschichte und der Antwort. Keiner Erinnerung auf der Druckaus greater, dem Bö serv Penny nach vorne an die Eortals für diese Qualität für Kaffee geht. Vielen Dank.